Wenn sich jemand absichtlich ertränkt, dann ist dies eine Handlung. Ergo, hat sie sich absichtlich ertränkt? Du redest zu viel scharfen, Nina. Wenn jemand zum Wasser geht, dann ist dies doch Absicht. Das Wasser ist ja nicht zu ihr gekommen. Wo du Recht hast, hast du Recht. Wenn es kein vornehmes Hallein wäre, man würde sie bestimmt nicht zum gewaltigen Boden beisetzen. Was denn berühmt? Kanntest du sie denn nicht? Nicht wirklich, was ist jetzt da? Kannst ja mal schauen. Shit! Die sieht ja richtig geil aus! Sagen! Sie sah gut aus! Äh, ja, ich wollte nicht... Wie heißt es noch einmal? Pietätlos? Genau! Pietätlos sein! Pietätlos sein! Sag ich doch! Lass gut sein! Schau mir, das kannst du! ... ... ... Vielen Dank.